mehr japanischen plastik müll bitte na ja zurück damit scheißdreck kommen wieder rein so mehr wieder los hier gewalt immer eine lösung kommt direkt da ab in müll nach 1234 habe ich mal anders sortiert egal wo sind wir denn überhaupt alola georock rokkos durchhaltevermögen pupita menki pampen drei kampf pokémon in einer reihe wo ist denn die keine energie okay pampen kassadur taroga blumanda pampen als rivers habe ich locker schon und erikas gastfreundschaft als rollo ja die nehme ich okay doppelt aber egal naja weiter als ich habe mich gefragt regreto habe ich gefragt warum freust du dich eigentlich nicht so wenn du karten siehst die auch mal was taugen sowie die da habe ich mich gefragt und habe ich mir gedacht 12 1234 nach vorne ging dazu egal schillock ich habe ich mich gefragt und nicht endlich mal einer das mache ich schon wieder so lavandia endlich mal einer der mir noch fehlt ein stadion ja und meine antwort ist ganz einfach ich habe bezahlt von scheiß kostet 150 euro bei amazon und ja da muss aber drin sein oder was wofür bezahlt ich dann hat ganze geld hier also darf man ja auch ein bisschen was erwarten oder so war parat zapf elec war shigi flamiau als rivers und als letzte karte panzer aeron ein doppelter naja also ich finde ja da muss noch mal ordentlich was kommen hier wenigstens irgendwie in full art entweder hat full art trainer oder full art gx ist mir ganz egal 234 nach vorne und es ist eine fehlen energie zwar habe ich noch nicht so oft aber trotzdem der fehlt mir doch noch ja was soll denn der scheiß hier bis zum ende wird das hier alles aufgespart na immerhin ja wohin damit da so porentha im olga ja wollte dann das ist los ich kann die karten irgendwie nicht mehr so gut greifen wie ich mal konnte schon wieder endlos viele elektro pokémon kosmowum als reverse nehme ich lieber mit als kosmok zum beispiel und als letzte karte amoroso jawoll der fehlt noch als tatsächlich holo ja geil auch sehr geiles artwork sehr geiles artwork ja fossiler griff solange du weniger pokémon im spiel hast als ein gegner kann dein gegner keine itemkarten aus der hand spielen das ist hart das ist wirklich hart ja gerne 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 aber ich hoffe definitiv noch dass da ja wenigstens eine die ex oder irgendein anderer muss eigentlich habe ja bezahlt was soll so wollen wir mal sehen hier war unlicht energie pokémon kommunikation war die armonitas kommt zum amoroso mit den tiefen augenglotzern lavita entorn wolfix gladiantry alola kleinstein lavita als reverse habe ich glaube ich noch nicht als reverse und der setzte karte uja ja fuller gx cobalium nice centering voll im art hier sehr viel weniger als da ja aber schicke dicke strukturierte karte nicht gerne auch hier oben viel mehr als unten aber egal kommen wir wollen mal nicht so sein naja kein secret bear aber relativ weit hinten bei den anderen wo aber diese struktur ja fett darauf ein glücks schnaps so weiter code karte 1 2 3 4 nach vorne kommen raten war mal vielleicht bringt der glück ich sag mal feuer feuer scheiße psycho energie dragonier unbekanntes fossil galoppa zur ruhe enton emolga stern du alles schon gesehen natürlich fifian eine ja reverse trainer karte äh wasser disk auch hübsch und das letzte karte doch eine gute karte pikachu zikrom gx hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet nice der fehlt noch ja fett weißt du jetzt back to back zwei gx karten back to back ne rücken an rücken ja jetzt kommt es vorher nicht auch nice art work ja pikachu auch ein sehr tolles pokémon natürlich ja ich denke mal dann war es das für dieses opening mehr wird ja wohl nicht mehr kommen also was soll der scheiß was mache ich hier noch ja komm dann wollen wir mal das fünfte rasa 4 rausziehen war egal wir haben ja noch was zu tun hier so 1 2 3 4 nach vorne so eine blattenergie dragonier mitsunda rokkos durchhaltevermögen voltowal mit teckel klavion glumanda äh menki flamjau kabutops ein rare reverse ja auch immer nett nehmt man auch gerne mit und das letzte karte ah ah was ist das denn uuuh mhm was ist das denn aus einem booster hier ey man was ist das denn ey hä ist das jetzt buggy oder wat hier äh äh cobalium gx danach pikachu citrone gx äh latios latias gx und den hatte ich da auch schon drin zwei zwei rainbows in einem äh display nice latias latios gx mit dem drachen doppeltypen wasser psycho äh was die attacken angeht hart bruder hart hart komm raus aus dem thron da so darauf prost meine güte du also kein joke ne ich hab das nicht gefakt oder sonst was äh ich weiß nicht was da los ist was jetzt hier abgeht aber also ne also kann ich mir nicht vorstellen dass da noch was kommt ehrlich nicht so wäre auch ein witz ne jetzt wahrscheinlich wieder nur doppelte kacke oder so äh keine ahnung was ja schaden okay nino rino äh oh gefährlicher bohrer der fehlt mir auch noch der fehlt mir noch keine ahnung wie schwierig das sein kann einen scheiß ankommen trainer karte aus dem deck zu ziehen also aus dem display äh aber ja fehlt mir noch tatsächlich irgend so eine unlicht pokémon rotze äh ja lege einen pokémon ausrüstung spezialenergie von einem pokémon eines gegners auf seinen ablagestapel oder lege eine beliebige stadium karte im spiel auf den ablagestapel ja ist toll nokchan meine seite so nokchan äh kappador oh wei oh wei oh wei iguana ach was ist denn los mit den karten hier wieder mauzi nidoran bildsanalyse jawohl ein netter trainer äh rare reverse finde ich gut finde ich sehr gut ehrlich also finde ich wirklich gut weil äh der ist ja normalerweise holo als bildsanalyse und ja das ist jetzt nicht mehr ist jetzt nicht gut und das ist karte ja sicher der doppelte nice kabuto brauche ich nicht mehr nice trinkspiel äh äh son und mond äh code karte 1 2 3 4 5 6 9 4 stück nach vorne kommen geht's noch so wasser äh kosmos wum nokchan natürlich schon hat fünfte mal jasmin klavion voltoball horn liu ja skull was ist denn hier los dratini ja das dratini was ich vorhin vermisst habe also letztes opening vor drei monaten oder so horn liu als reverse fehlt mir tatsächlich noch und das letzte karte cesurio ja jetzt kommt der doppelte rotz und wir haben noch vier mal vier vor uns insofern kann ja nichts mehr kommen ne ist ja jetzt nur noch müll ja okay ja okay ach müll na so äh 1 2 3 4 äh blitzenergie kosmogum smobilik lavandia ja okay kann ich mal vergleichen welche schöner aussieht taubsee bronze fifien schon gehabt nidoran alles jasmin gut nehme ich gerne mit trainer karten als reverse finde ich immer schön als letzte karte ich habe es angekündigt dass da nur schrott drin ist also warum sollte mich das wundern ne alles klar alles klar er fühlt sich schwer an da ist locker was gutes drin man äh ja 1 2 3 4 eine feuer energie habe ich schon so wenige von galoppa rücksendetikett damit ich den scheiß hier zurückschicken kann wenn er nicht mehr noch was drin auftaucht kann gama schicke bronze klavion im olga taubsee nidoran weiblich als reverse habe ich glaube ich noch nicht vielleicht doch keine ahnung egal zappt aus der fehlt noch nice als holo ähm wenn man das irgendwie erkennt dass das holographisch ist aber ich würde jetzt mal ja jetzt erkennt man es ja sogar ganz geil nicht nur scheiße hier drin du so die letzten so die letzten zwei packs darauf nochmal ein schluck glück Prost 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nach vorne und eine kampf meine Güte kampfenergie so elezart sonst so selten jasmin auch schon was sehe ich denn da ey auch noch einer der mir fehlt und den ich jetzt endlich ziehe im irgendwie vorletzten pack was soll das richterpfeife nice iguana menke alle schon 8 mal 10 mal pulpix millionen mal shiggy sengu rare reverse den ich doppelt habe auch sehr sehr kacke na egal letzte karte oh mimikma ja ich habe gelogen fehlt mir noch ist tatsächlich eine von zwei feen karten in dem set teams sind rumpf eine von zwei stück und beide sind selten deshalb ich dachte hier wären echt keine feen karten drin aber ja es gibt zwei feen karten ja ein davon mimikma sonst normalerweise im geist duett mit genger haben wir jetzt alle schon von aufgebraucht alle display booster aber ja ok und als letzte enttäuschende karten kollektion hier in einem booster 1 2 3 4 nach vorne ein stahl energie eine metallschutzbrille ein enteron eine pflanzendisk haben wir schon oh wei haben wir auch schon kassadur ja mauzi hallo alola kleinstein slimer glutexo in reverse ich glaube der ist ganz nett und als letzte enttäuschende karte mhm ok geht schlechter einer lola kokowai das ich noch nicht habe finde ich ok ja ne da ist nichts mehr drin das war's schade naja Prost äh hämmert mal den abo button drückt auf gefällt mir äh kommentiert mir ein prost rein was weiß ich war kann man noch mal ein teilen oder so ne ab also bis bis dann viel glück bei euren puls und äh bis demnächst bis demnächst bis demnächst bis zum w